Servus miteinander aus St. Pölten vom Ironman 70.3. Einer von uns zwei hat heute einen sehr sehr guten Wettkampf gehabt. Und einer einen schlechten Wettkampf. Tja, so war es. Bei mir war das große Problem das Wetter. 10 bis 12 Grad und strömende Regen. Hat dann letzten Endes dazu geführt, dass ich bei Kilometer 45 auf dem Radl unterkühlt habe aufgeben müssen. Hilft nichts. Ich weiß, dass meine Form sehr sehr gut ist und jetzt gilt es nach vorne zu schauen zum nächsten Wettkampf. Das Rennen war sehr gut besetzt. Passt ein siebter Platz. Sehr gut. Für uns beide wird der nächste Wettkampf sein, der Ironman in Klagenfurt. Und da hoffen wir dann, dass wir viele von euch an der Strecke sehen und dass ihr uns dort lautstark unterstützt. Bis dahin. Macht's uns gut. Tschüss. Servus.